Hier ist Martin Smolenski aus Olchi. Tja, seine Plätze, erster Platz, Deutsche Speedway-Meisterschaft, erster Platz, MSP-Langbahn-Meisterschaft, Zorro, zweiter Platz, FLM-Team-Lang-Track, erster Platz, Deutsche Speedway-Mannschaftsmeisterschaft, Erste Bundesliga. Ein Feiermarathon liegt hinter ihm, seine soeben von mir verkündeten Erfolge haben diesen ausgelöst, dazu ist auch ein nachträgliches Happy Birthday angebracht. Seine Homepage sagt, dass es nun Pause gibt, bis zum 7. Januar, dann geht es mit einem Kinder-Fitnesscamp für die Stars von morgen weiter. Das ist die offizielle Version, denn Backstage läuft der Countdown für die nächste Saison ungebremst weiter mit Gesprächen, Verhandlungen und Planungen. Es ist das Leben eines Vollprofis, in dem sich nahezu alles dem Sport unterzuordnen hat, in dem er genau weiß, was er will und auch was das Publikum von ihm erwartet. Willis bei 160 Sachen zum Beispiel, mit denen er bei den Offiziellen aneckte, diese daraufhin durch Winken während der gesamten Renndistanz ersetzte. Für solche Aktionen lieben die Fans, die stets bereit sind, mit Stimmung und Atmosphäre wahnsinnig viel zurückzugeben. Der diese Woche 32-Gewordene lebt das Motto, the show must go on. Auch wenn der nunmehr achtfache deutsche Solomeister weiß, dass er vielleicht auch dadurch nicht wirklich Everybody's Darling ist. Persönlichen Neid und Sportpolitik möchte er am liebsten weit in den Hintergrund verbannen, um dafür lieber in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten seinen geliebten Sport in den Fokus zu stellen und nach vorne zu bringen. Er weiß und sagt, nur gemeinsam sind wir stark. Damit liefert er uns die perfekten Schlussworte zur ADAC-Sportgala 2016. Danke dafür, Martin Smolinski. Herzlichen Glückwunsch und wir begleiten Sie natürlich auch noch hinaus unsere Studierenden aus den Bereichen Supermoto, Rundstrecke und Bahnsport. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.